Aber natürlich, Herr Botschafter, ich tue selbstverständlich alles, was in meiner Macht steht, wenn es um die Völkerverständigung dieser beiden Länder geht. Oh, es tut mir leid, Herr Botschafter, ich muss jetzt leider auflegen, aber ich bin sicher, Sie beide kommen auch ganz gut ohne mich, klar. Was ist denn mit dir, Chelsea? Ich fühle mich nicht besonders. Mein Plastik ist ganz heiß, mein Bauch tut weh und ich habe so komische Punkte im Gesicht. Hast du es mal mit einem nassen Tuch versucht? Aha. Ich befürchte, du musst zum Arzt, Chelsea. Ich sagte, ich glaube, du musst ganz dringend zu einem Arzt. Warst du nicht schon mal Ärztin? Genau. Oh, Torte. Verzeih, dass es so lange gedauert hat, aber Frau Doktor hat jetzt Zeit. Sitz hier ja auch schon ewig. Zuerst musst du aber all diese Formulare ausfüllen. Das hier, das hier, das hier und das hier. Erledigt. Hey, was machst du? Beschreib doch mal deine Symptome. Mir ist heiß, mir ist schwindelig und übel. Ich habe überall Punkte. Und jetzt tut auch noch mein Handgelenk weh. Was tust du da? Ich will nur helfen. Helfen ist genau mein Ding. Skipper beteiligt sich sonst nie bei sowas. Wir haben gerade kein Internet, also habe ich mir gedacht, ich könnte Stacy mal ein bisschen auf die Nerven gehen. Das ist nämlich genau mein Ding. Jetzt wollen wir doch mal sehen, was mit dir los ist. Dann spring mal rauf auf den Tisch, Chelsea. Auf den Tisch? Schürt erledigt. Wir werden als erstes mal deine Vitalwerte überprüfen. Hm, komisch, ich höre rein gar nichts. Perfekt. Was kommt als nächstes, Schwestern? Reflexe? Genau. Perfekte Reflexe. Jetzt werden wir gleich Gewissheit haben, was mit dir los ist. Lange Flanke auf rechts außen. Kenn ich schon. Aha. Chelsea, ich würde sagen, du hast ganz gemeine Plastikpocken. Werde ich denn wieder gesund? Aber natürlich. Alles klar, 219 Milliliter Pinke Zilin. Schnell. Ah! Stacy, das ist doch die Spritze für Pferde. Ah! Skipper. Das ist die Spritze für die Elefanten. So, die ist richtig. Barbie, ich hab Angst. Ist schon gut, Chelsea. Es tut nur eine winzige Sekunde weh. Aua. Hey, mir geht es schon viel besser, Leute. Dankeschön, Barbie. Was? Das glaub ich ja einfach nicht. Oh nein. Ich hab mich angesteckt. Wir haben Plastikpocken. Ich hol mal eben das Pinke Zilin. Es tut nur ne winzige Sekunde weh. Aua. Hey, hey. Life in the Dreamhouse. Oh yeah. Life in the Dreamhouse. Life in the Dreamhouse. Ein Freiluftbad macht echt Spaß. Also ein Freiluftbad würde ich das nicht gerade nennen. Ich hoffe nur, Stacy hat sich nicht verlaufen oder so. Und zum Schluss mit der Schraubenzange festzurren. Wo ist denn diese Zange? Oh, wieso muss ich immer was zu Hause vergessen? Ich mach grad meinen Campingführerschein. Auf drei wichtige Dinge kommt es an. Feuer machen, was Essbares finden und auf mich ganz allein gestellt eine Nacht im Zelt schlafen. Hoffentlich bricht es nicht zusammen. Hey, Stacy. Wir machen uns jetzt ne Moneypedi im Wohnmobil. Bist du sicher, du willst nicht auch eine? Ich muss nun mal richtig campen, klar? Was denn, wir campen richtig? Wenn wir mit den Nägeln fertig sind, gucken wir uns auf dem großen Bildschirm ne Walddoku an. Also wenn es nach mir ginge, würde ich in ein Hotel gehen mit WLAN-Anschluss. Wie soll ich ein Feuer machen mit Plastikstöcken? Entschuldige bitte, Eichhörnchen. Au. Nüsse und Beeren zum Abendessen. Voll lecker. Was? Ich bin so hungrig und mir ist so kalt. Also Stacy, ich bin so stolz auf dich, dass du die Nacht in der Wildnis verbringst und das auch noch allein. Ist das ein Scherz? Hier draußen ist es doch wundervoll und so wahnsinnig gemütlich. Große Klasse, Stacy. Du bist ne echte Heldin, weißt du das? Und ich... Ich glaube, jetzt gibt es super leckere Nachttisch. Yep. Nichts geht über ne Übernachtung unterm Sternenhimmel. Super, was für ne klare Nacht. Barbie, ich muss das alleine schaffen. Ich... Ich bin ein Grizzly-Pfadfinder. Ich möchte meinen Hilfmenschen in Notführerschein machen. Oder muss ich sie doch essen? Sega, ich bin ein Grizzly-Pfadfinder. Ja. Ich bin ein Grizzly-Pfadfinder. Ich bin ein Grizzly-Pfad illusion. Jef Parece. Ich bin ein Klima. Ich bin ein Magistrin in Notführerschein, aber ich bin einπαarl Wellington-Schein. Wo ist das Rührei mit Schinken? Stacey, du hast es geschafft. Dein Cabbing-Führerschein ist bestanden. Also, ich bin neugierig. Erzähl mal, wie hast du es geschafft, so ganz allein da draußen? Wenn ich ehrlich sein soll, hatte ich Hilfe von einem Bären. Ja, klar. Ein Bär. Wartet, was ist das? Wer fährt denn das Wohnmobil? Sie muss ihren Führerschein noch machen. Was treibst du denn hier, hä? Etwa Haustier-Sitten? Vergiss es, ich bin hier der Sitter. Wieso plapperst du mir alles nach, hä? Was bist du nur für ein gutaussehender Kerl? Ryan, hallo. Ich bin auch nicht so weit. Wow, wieso so hektisch, Barbie? Nimm dir doch erstmal Zeit und genieß den Ryan. Entschuldige, aber ich lauf auf einer wichtigen Modenschau heute. Oh, der Katzen-Caterer bringt heute das Futter von Blisser vorbei. Und Taffy, gibst du bitte die Mini-Burger, die aussehen wie Schuhe. Ich beeil mich. Heißt das etwa, ich verbringe meinen Tag mit zwei vierbeinigen Pelzknäueln? Und einer zweibeinigen Schlaftablette? Was treibst du denn hier, hä? Etwa Haustier-Sitten? Vergiss es, ich bin hier der Sitter. Ja, wieso plapperst du mir alles nach, hä? Viel Spaß, Jungs. Schätze, euch wird bald klar, warum das ein Job für zwei Männer ist. Ach, und wann kommt der andere Mann vorbei, Barbie? Und, wie geht's meinem Mädchen, hä? Noch uncooler kann's ja wohl nicht werden. Ah! Das sind voll teure Designer-Hosen! Sie sagt, sie hätte schon stylischere Fellbällchen gesehen. Werfen wir einen Blick auf die Liste. Als erstes trainieren wir mit Taffy. Hm, ja, kleines da fehlen ein paar Muskeln. Sie sagt, nicht jeder hat ein Plastik-Sixpack-Ken. Trainiert ihr nur. Ich schreib einen Song für Barbie. Oh, Barbie! Was bist du schön! Und der Mittelfeldspieler bekommt den Ball. Er sieht sich um. Sehr rot. Die Beinarbeit ist klasse. Sieh dir diese... Oh, komm schon! Hallo, wie geht's? Ich dachte, ich schau mal rein und frag, wie das Sitten so läuft. Großartig. Äh, Ryan, sing dir jetzt was vor? Die Zeilen hab ich dir gewidmet. Dein Herz ist... Putscher Song, echt. Tut mir leid, ich muss wieder auf den Laufsteg. Macht's gut. Taffy, ich hätte den Song meinem Agenten vorgespielt, wenn ich das hätte hören wollen. Blischa, das ist Barbies Lieblingsschal. Hey, wow, wow, die Gitarre ist kein Spielzeug. Vergiss doch die Gitarre. Schnapp dir den Schal. Ich mach das schon mit Torni. Ja! Komm zurück! Runter, du Blutkirkel! Hallo, Jungs, ich bin jetzt fertig. Ich bin gleich wieder zu Hause. Nein! Ich meine, ja, ich freu mich schon riesig. Wir müssen hier alles wieder aufräumen, hörst du? Bin wieder da. Hallo, Barbie. Willkommen zurück. Oh, die zwei waren anscheinend perfekte Aufpasser. Ich sag euch, das war echt ne anstrengende Modenschau. Jungs, sollte ich da vielleicht irgendetwas wissen? Ich befürchte, ich hab zu Hause mein Herd angelassen. Ich glaub, ich hab auch irgendwie sowas zu Hause. Ihr habt ja so recht, Mädels. Das nächste... Ich hab Geburtstag! Ja, endlich, endlich! Darauf warte ich schon ein Jahr! Ich bin so super glücklich, ich könnte... Herzlichen Glückwunsch, Chelsea. Kommst du runter frühstücken? Sie kommt. Sie ist dicht hinter mir. Los, alle auf ihre Plätze. Chelseys sechster Geburtstag muss super Oberhammer-Klasse werden. Stacey steht total auf Geburtstage. Ja, sie liegen ihr wirklich am Herzen. Ich würde sagen, manchmal übertreibt sie es ein bisschen. Ich mach das Essen. Barbie, du wirst Chelsea ablenken. Skipper, du, äh, musst hier alles dekorieren. Oh, kann Ken das nicht übernehmen. Ken ist doch in der Garage und baut Chelseys Geschenk zusammen. Es ist ein Fahrrad. Chelsea wünscht sich schon lange ein Fahrrad. Das wird so ne super Überraschung. Überraschung. Und es ist meine Chance, Barbie zu beweisen, was ich noch alles drauf habe. Hier ein spezielles Geburtstagsfrühstück für das Geburtstagskind. Das ist voll lieb von euch. Aber was ich mir wirklich zum Geburtstag wünsche, ist... Gern geschehen. Skipper, worauf wartest du? Du musst noch dekorieren. Ken hat sich nicht einmal beklagt. Backen kann manchmal so anstrengend sein. Wieso muss ich immer die schwersten Aufgaben abbekommen? Willst du wissen, was ich mir wirklich wünsche, Barbie? Ein Einhorn? Nein, nicht ganz. Vielleicht ein rosa Einhorn? Nein. Ich weiß es. Ein singendes rosa Einhorn, das dir jeden Wunsch erfüllt. Nein! Nein! Ken, was ist passiert? Hast du etwa schon wieder ein Krabbeltier im Haar? Was? Wieso? Siehst du etwa eins? Mach es weg! Mach es weg! Wie weit bist du mit dem Fahrrad? Ich bin fast fertig. Barbie, du schreibst genau auf, von wem das Geschenk ist und wie Chelsea reagiert hat. Skipper, du glättest das zerknüllte Geschenkpapier. Ach, komm schon! Juhu! Wo bleibt Ken nur? Ah! Mein Tag ist bis jetzt so toll! Ich hab ne leckere Torte, ne coole Deko, alles wurde militärisch genau geplant. Aber... Was aber? Ich hätte gern... Ein Einhorn? Nein! Ein Fahrrad? Nein! Ich hätte gern ein... Ich weiß es! Du würdest gern ein super tolles Geburtstagslied hören. Nein! Was ich mir wirklich wünsche ist... Einen Tennis spielenden Roboter! Oh! Oh! advis disparate! Oh!